Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. Februar. Die Johannis-Nacht soll stattfinden, Ärger um das Einkaufsquartier an der Loh und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Gute Nachrichten für Freunde von Volksfesten. In Mainz soll im Mai nicht nur der Rheinland-Pfalz-Tag wie geplant stattfinden. Auch die Johannis-Nacht soll nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause im Juni wiederkehren. Die Vorbereitungen für die beiden Veranstaltungen laufen bereits. Bei der Johannis-Nacht könne man aktuell nicht sagen, unter welchen Bedingungen das Fest gefeiert werden kann. Das hänge von den dann geltenden Corona-Regeln ab. In alle Verträge, die nun abgeschlossen werden, wird auch immer die Option eingebaut, dass eine Absage wegen der Pandemie nicht ausgeschlossen werden kann. Das beliebte Mainzer Volksfest soll vom 24. bis 27. Juni gefeiert werden, der Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis zum 22. Mai. Und auch auf eine weitere beliebte Veranstaltung können die Mainzer hoffen, im April könnte das Marktfrühstück zurückkehren. Das zumindest stellen die Mainzer Winzer in Aussicht, die das Marktfrühstück seit 1999 veranstalten. Sobald wir es dürfen, sind wir bereit, sagt die Vereinsvorsitzende Sigrid Lempbecker. Das Konzept habe der Vorstand mittlerweile entwickelt, nach der Fastnacht soll es bei der Stadt eingereicht werden. Zeitgleich zum Weinausschank vor dem römischen Kaiser im Schatten des Doms soll auch der Ausschank am Rheinufer starten. Aufgrund der Rathausbaustelle stehe hier jedoch noch nicht fest, an welcher Stelle genau der Ausschankwagen platziert werden könne, so Lempbecker. Nur ein paar Meter entfernt, in der Ludwigstraße, herrscht dagegen aktuell dicke Luft. Denn die Bürgerinitiative wirft der Stadt Mainz vor, sie wolle Grundstücke, die die Boulevalu GmbH für den Neubau des geplanten Einkaufsquartiers benötigt, zu günstig an diese Gesellschaft verkaufen. Diesen Vorwurf trägt bis auf die Linke keine Stadtratsfraktion mit. Die Initiative bemängelt, dass sich der Kaufpreis für 312 Quadratmeter städtischer Fläche an den Bodenrichtwerten aus dem Jahr 2017 orientiere. Damit würde aufgrund der Wertsteigerung die Stadt auf eine Einnahme in Höhe von zwei Drittel des Bodenrichtwertes von 2020 verzichten. Der Verlust für die Stadtkasse dürfte sich auf circa 1,6 Millionen Euro belaufen. Die SPD sagte zu den Vorwürfen, man habe sich mit dem Thema befasst und könne keine Fehler bei dem Vorgehen feststellen. Die CDU betonte, die Entwicklung an der Ludwigstraße durch die Boulevalu GmbH liege im öffentlichen Interesse. Grüne und FDP äußerten sich nicht. Die Stadt hat die Vorwürfe bereits im Januar zurückgewiesen. Die Vorwürfe gegen ihn zugegeben hat dagegen ein 23-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, der nun für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis muss. Er wurde wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Darstellungen verurteilt. Der Mann hatte in öffentlichen Toiletten immer wieder Kinder fotografiert, darunter auch Kleinkinder. Unter anderem fertigte er die Aufnahmen im Kino-Cineplex an. Festgenommen wurde der Mann, nachdem ein siebenjähriger Junge ein Handy bemerkt hatte und sofort zu seiner Mutter rannte. Zu den Opfern des 23-Jährigen gehörte auch seine Stiefschwester, die er beim Wickeln filmte. Der Mann ist bereits vorbestraft. Er hatte vor einigen Jahren seinen jüngeren Bruder missbraucht und schon einmal Aufnahmen mit schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern verbreitet. Russland hat nach Angaben des ukrainischen Außenministers mit einem großen Einmarsch in der Ukraine begonnen. Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg, teilte der Minister am Donnerstag mit. Kurz nachdem der russische Präsident in einer TV-Ansprache den Start der Militäraktion angekündigt hatte, gab es Meldungen über Gefechte und Explosionen in mehreren Landesteilen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Der rücksichtslose Angriff bringe die Leben zahlloser Zivilisten in Gefahr, erklärte er. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben die Gesundheitsämter ihm insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert mit 1.265 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist erneut gestiegen und liegt bei 6,34. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Rheinhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mainz und Rheinhessen. Hört euch aber auch gerne mal unseren Bubblebox-Podcast an. Ein Angebot der VRM